Kordula ist mächtig stolz auf ihren nagelneuen Pelzmantel. Doch schon beim ersten Spaziergang treffen sie von allen Seiten böse Blicke. Was ist denn nur los? Hängt das Preisschild raus? Tja, viele Leute finden eben, dass Menschen kein Recht haben, Tiere für Mode zu töten. Die Begriffe Tierschutz und Tierrechte sind Kordula zwar bekannt, aber was bedeuten sie genau und wo liegt der Unterschied? Unter Tierschutz fasst man im Allgemeinen alle Aktivitäten zusammen, die Tieren ein möglichst artgerechtes Leben ermöglichen und ihnen kein unnötiges Leid, Schmerzen oder Schäden zufügen wollen. Der organisierte Tierschutz lässt sich bis in das frühe 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Hier hatten damals die Briten die Nase vorn. In Deutschland gründete sich 1837 der erste Tierschutzverein. Heute haben wir ein Tierschutzgesetz, dessen Zweck es ist, Zitat, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als mitgeschöpft, dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund, Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Tierschutz ist somit bemüht, das durch die Tiernutzung entstehende Leid zu minimieren. Der Gesetzgeber sieht Tiere hierbei zwar gedanklich als Mitgeschöpfe, behandelt sie juristisch aber als Sache und stellt das Interesse des Menschen am Tier über das Interesse des Tieres an einem tiergerechten Leben. Nutztierhaltung wird also nicht kategorisch abgelehnt. Im Unterschied dazu missbilligt die Tierrechtsbewegung jede Form der Nutztierhaltung sowie generell alle tierausbeutenden Handlungen. Ihre Philosophie misst Tieren ebenso elementare Grundrechte bei wie dem Menschen. Tierrechtsbefürworter bekämpfen jede Art der Tiernutzung durch den Menschen und setzen sich für politische Maßnahmen ein, die die Rechte von Tieren erweitern. Ihrer Meinung nach ist menschliches Leben auch ohne den Konsum tierischer Produkte oder Arbeitsleistung möglich. Daraus ergibt sich unter anderem auch die Idee des Veganismus. Cordula meint es jetzt jedenfalls kapiert zu haben und tauscht ihren Pelzmantel gegen eine schicke Lederjacke ein. Kauan 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 Untertitelung des ZDF, 2020